Hans Hollein war ein österreichischer Architekt und Designer, Bildhauer, Objektkünstler, Ausstellungsgestalter und Architekturtheoretiker. Ausbildung Hollein entstammte einer Familie von Bergbauingenieuren, sein Vater war Elektroingenieur. Nach dem Besuch der Bundesgewerbeschule in Wien studierte er an der Wiener Akademie der Bildenden Künste bei Clemens Holzmeister. In erster Linie waren es die Vereinigten Staaten, die Hollein in seiner Frühzeit beeinflusst haben. Nach seinem Diplomexamen absolvierte er dort von 1958 bis 1964 einen Studienaufenthalt zunächst am Illinois Institute of Technology in Chicago und ab 1959 am College of Environmental Design der University of California, Berkeley, an der er 1960 den Grad eines Master of Architecture erwarb. Er unternahm eine Autofahrt von New York bis an die Westküste, um das für ihn neue Gefühl der grenzenlosen Weite, der unbeschränkten Dimension zu erleben. Die Faszination des Technischen, die Weite, die Weltraumfahrt übten in dieser Zeit eine besondere Anziehungskraft auf ihn aus. Als Meilenstein in Holleins Entwicklung kann man seine Beschäftigung mit den Prinzipien der indianischen Pueblo-Architektur des amerikanischen Südwestens betrachten, deren Einfluss in vielen seiner späteren Bauten wiederkehrt. Die Verbindung von oben und unten, von Wohn- und Kultstätten prägte seine Vorstellung von einer in Landschaft umgewandelten Architektur, die durch eine Vielzahl von Wingen, Treppen und Rampen begehbar und damit aktiver Bestandteil des städtischen Lebens wird. Ihren Niederschlag fand diese Konzeption im Entwurf eines begehbaren Kaufhauses in St. Louis und im Plan für einen Erweiterungsbau der Zentralsparkasse in Floridsdorf in Wien, Fiener Avantgarde. Um 1960 begann sich die Wiener Architekturszene neu zu formieren. Was alle jungen Künstler damals vereinte, war der Protest gegen den konventionellen Kunstbetrieb und eine Revolte gegen den Funktionalismus der Nachkriegsarchitektur. Hollein schloss sich einer Gruppe Wiener Künstler an, die sich gegen die Alleinherrschaft des trivialen Funktionalismus wandte. Dazu gehörten Friedensreich 100 Wasser, der in diesem Kreis sein Verschimmelungsmanifest verkündete, sowie Markus Prachensky und Arnold Freiner, die sich für eine vom Regelzwang befreite Architektur mit den Händen einsetzten. Eines ihrer Foren war die Galerie Niest St. Stephan des katholischen Geistlichen Otto Mauer. Besonders Furore machte eine Ausstellung, die Hollein 1963 gemeinsam mit Walter Pichler in der Galerie veranstaltete. Architektur eine viel beachtete und umstrittene Ausstellung von Zeichnungen und Skulpturen, in denen utopische Entwürfe kompakter Stadtarchitekturen blockhaft und raumgreifend die Landschaft beherrschten. Parallel verfassten Hollein und Pichler Manifeste, die im Ausstellungskatalog veröffentlicht wurden, darunter sein Text Absolute Architektur. Diese programmatischen Äußerungen postulierten eine Architektur, die brutal und subtil zugleich ist. Gleichzeitig befasste sich Hollein mit der Frage autarker Minimalräume. Er studierte Raumschiffe und Raumanzüge und definierte sie als perfekte Behausungen auf engstem Raum für ein Überleben unter Extrembedingungen. Auf der anderen Seite propagierte Hollein pneumatische Gebilde wie etwa ein mobiles Büro, das als aufblasbares Gehäuse den Prototyp einer leichten, provisorischen und transportablen Behausung darstellte. Transformationen nannte er Mitte der 60er Jahre eine Reihe von Collagen, in denen technische Objekte in eine Landschaft montiert wurden, die damit zu einer urbanen Megastruktur umgedeutet wurde. Ein Flugzeugträger, ein Café-Service, ein Kühlergrill wurden in dieser Konzeption als monumentale Gebäude deklariert. Das Große und das Kleine waren keine Gegensätze, sondern im Spiel mit der Dimension Eckpunkte eines unbegrenzten Feldes an Variationen des Maßstabes. Eine ganze Stadt wurde in einem Flugzeugträger angesiedelt, der in der Collage wie eine utopische Archenua in der unberührten Natur gestrandet war. Dies war ein Motiv, das er Jahre später im Golfclub E. Breichsdorf bei Wien auch praktisch umsetzte. 1964 eröffnete Hollein, der die Jahre zuvor in Schweden, Deutschland und den USA in diversen Büros gearbeitet hatte und ein 1963-1964. Gastprofessor an der Washington University in St. Louis gewesen war, in Wien ein eigenes Architekturbüro. Zusammen mit Christoph Monschein arbeitete er seit 2010 in der Hans-Hollein und im Partner ZT GmbH. Retti und die Folgen Holleins erster unabhängig ausgeführter Auftrag das 1965 eröffnete, heute nicht mehr als solches bestehende Kerzengeschäft. Retti am Kohlmarkt 8 bis 10 im Zentrum Wiens, war ein Markstein in der Entwicklung der Verbindung von Design und in Architektur. Ein winziges Geschäft auf nur 14 Quadratmetern, bestimmt durch Aluminium und Spiegel, das als präzise und kostbare Metallschachtel gestaltet wurde. 1966 wurde er dafür mit dem US-amerikanischen Rhein-Olds Award ausgezeichnet. Weitere Aufträge für exklusive Boutiquen und Galerien folgten, darunter die Richard Feigen Gallery in New York, die Juweliergeschäfte Schullini und zwei ebenfalls im Zentrum Wiens, sowie die New Yorker Filiale des Münchner Modehauses Ludwig Beck im Tramp Tower, in der er klassische Bauelemente mit bajuwarischem Heimatstil verband. 1972 bewies Hollein mit einem Vielzweckwegweiser für das Olympiadorf in München, das tatsächlich alles Architektur war. Sein Röhrensystem war ein kommunikatives Ideal, als Orientierungshilfe durch verschiedene Farben, durch Beleuchtung, Information mit Diaprojektoren und Fernsehschirmen, Infrarot- und Fußbodenheizung und sogar kühlende Frischluft samt Wassersprühanlage. Alles ist Architektur. Hollein, der zu den Pionieren der Postmoderne in der Architektur gezählt wird, engagierte sich auch in den Gebieten Design, Kunst und Ausstellungsgestaltung. Sein bekannter Slogan Alles ist Architektur erschien auf der Titelseite der österreichischen Zeitschrift Bau und kehrte in der Pariser Ausstellung Metaphor-Essay Metamorphosis als Motto wieder. Dieser Architekturbegriff erstreckte sich bis hin zu den weiß gekachelten Kunstobjekten, mit denen er 1972 in Österreich bei der Biennale in Venedig vertrat, den Umweltkunstprojekten der Ausstellung Man Transforms, mit denen er im Herbst 1975 die Eröffnungsausstellung für das Cooper Hewitt Museum in New York bestritt. Im Bühnenbild zu Schnitzlers Komödie der Verführung am Burgtheater oder der Wiener Ausstellung Traum und Wirklichkeit. Hollein wurde bekannt als Meister der architektonischen Inszenierung, der widersinnliche und emotionale Momente in die Architektur einführte und weder vor einer Symbolsprache noch vor gelegentlichem Pathos zurückschreckte. Da seine Heimatstadt Wien recht reserviert blieb, erlangte er vor allem durch Aufträge im Ausland internationales Ansehen, darunter der österreichische Pavillon für die Triennale in Mailand, die amerikanische Botschaft in Moskau, das Museum für Glas und Keramik in Teheran, die Stadtvilla in der Berliner Rauchstraße, die im Rahmen der internationalen Bauausstellung entstand, und das Nationalmuseum ägyptischer Zivilisation in Kairo. Neben seiner Tätigkeit als Architekt hat Hollein Möbel entworfen und für Alessi und Munari Haushaltsgegenstände und Industriedesigns gestaltet. Seine Grafiken sind im New Yorker Museum of Modern Art zu sehen. Am Rande der Salzburger Festspiele erregte er 1991 mit einem Klavierdesign aufsehen. Für den Wiener Klavierbauer Bösendorfer entwarf er einen Konzertflügel in geometrischen Formen aus Massivmessing, dessen Deckel an der Innenseite mit 24-karätigem Blattgold ausgelegt war. Weiters entwarf er Bühnenbilder, Türklinken, Brillen, Lampen und Uhren und gestaltete feste Museum Abteiberg Mönchengladbach. Mit dem Neubau des städtischen Museums Abteiberg im rheinischen Mönchengladbach wurde Hollein von Museumsdirektor Johannes Kleders durch kuratorischen Direktauftrag betraut. Nachdem er für das Haus die Ausstellung »Alles ist Architektur« kuratiert hatte, Hollein setzte damit neue Maßstäbe für die Museumsarchitektur und verwirklichte den lange gehegten Wunsch einer begrabenen, überwachsenen Architektur. Das Museum ist eines der seltenen öffentlichen Gebäude, in die man sich hinunter begibt. Man kommt über eine Brücke und betritt das Dach des eigentlichen Museumsbaus, wo ein zierlicher Eingangstempel den Besucher empfängt und ihn nach unten geleitet. Die Außenhaut des als Collage divergierender Baukörper angelegten Gebäudes ist ein System gebogener Terrassen- und Ziegelmauern. Das Innere eine Abfolge von Räumen, deren Raumerlebnis durch die Diagonale beherrscht wird. Dies erlaubt die Betrachtung verschiedenster Werke zur selben Zeit und bietet an jeder Ecke unerwartete Ausblicke auf neue Kunstwerke. Die Türöffnungen sind nicht mehr in der Mitte der Wände angebracht, sondern in den Ecken alle vier Raumseiten bleiben so der Kunst erhalten. Hollein plante ein lebendiges Museum, eine Inszenierung mit zwei Arten von Darstellern, statischen, den Kunstwerken, und beweglichen, den Besuchern. Spätestens seit der Eröffnung des städtischen Museums Abteiberg gilt Hans Hollein als einer der prominentesten Vertreter der postmodernen Architektur in Europa. 1983 wurde er für diesen Museumsbau mit dem Deutschen Architekturpreis ausgezeichnet. Zwei Jahre später erhielt er als siebter Architekt der Welt den Pritzkerpreis, der als Nobelpreis der Architektur apostrophiert wird. Weitere Museumsbauten Aus dem Wettbewerb für ein Guggenheim-Museum in Salzburg ging Hollein 1990 als Sieger hervor. Doch der Entwurf für ein Museum im Fels wurde durch den Salzburger Landeshauptmann Hans Katschtaler verhindert. 2002 war eine preisgünstigere Variante des Projekts im Gespräch, das drei Geschosse tief in den Fels über der Altstadt reichen sollte. Auch sein Entwurf für ein Guggenheim-Museum in Wien konnte sich nicht durchsetzen. Als der Architekt 1995 im Historischen Museum der Stadt Wien eine Retrospektive seiner verwirklichten Planungen der Öffentlichkeit vorstellte, vermutete die Süddeutsche Zeitung darin ein Politikum. Wie zufällig rückt damit jenes Projekt in den Mittelpunkt, das für Wien sowieso das Zentrale ist, Holleins Planung eines Guggenheim-Museums. Starke internationale Beachtung fand Hollein mit dem nach nur vierjähriger Bauzeit eröffneten Museum für moderne Kunst in Frankfurt am Main, das sich gebaut auf einem dreieckigen Restgrundstück den Spitznamen Tortenstück einhandelte. Es war, als sei der Flugzeugträger aus Holleins frühen Fotomontagen nun in der Stadt vor Anker gegangen. Der Museumsleiter Jean-Christopher Amann betonte bereits 1989 in einem Interview, dass der Frankfurter Bau selbst ein Kunstwerk, eine Skulptur sei. Sein internationales Renommee mehrte das 2002 eröffnete Vulkanmuseum Vulkania nahe Clermont-Ferrand in der französischen Auvergne. Dort schuf Hallein einen zu großen Teilen unterirdisch angelegten Museumspark, dessen Wahrzeichen ein 37 Meter hoher. Außen mit Basalt verkleideter Kegelstumpf ist, in abgelegener Landschaft inmitten erloschener Vulkane am Fuß des Puy-de-Dome gräbt sich das Museum auf 1.000 Meter Höhe ins Erdinnere. Der Besucher begibt sich in einem dramatischen Erlebnis dessen Absteigens in unterirdische Zonen, wie auf eine Reise mit Julius Fern zum Mittelpunkt der Erde, um am Ende aus dem Dante-ähnlichen Inferno wieder ans Tageslicht zu treten. Sonstige Bauten Im Hauptsitz der größten spanischen Privatbank der Banco Santander, im Zentrum von Madrid hat Torlein 1987 hinter den denkmalgeschützten Altbauten, von außen nicht sichtbar, eine gigantische Rotunde errichtet. In Wien baute er 1987 bis 1990 DK Sekunden neue Haashaus, das über viele Jahre als umstrittenster Bau in der österreichischen Nachkriegsgeschichte galt. Er ersetzte damit am Stephansplatz den Bau aus den 1950er Jahren, der an der Stelle des im Zweiten Weltkrieg zerstörten ersten Wiener Warenhauses aus den 60er Jahren des 19. Jahrhunderts errichtet worden war. 1996 organisierte Hollein unter dem Motto »Die Zukunft erahnen«, der Architekt als Seismograph als erster Nicht-Italiener die renommierte Architekturbiennale in Venedig. 1997 erhielt er den Zuschlag für den Neubau der österreichischen Botschaft im Diplomatenviertel Berlins. Der im Juli 2001 seiner Bestimmung übergebene Bau überraschte durch seine formale Vielfalt ein genialisches Chaos in Grün, Schwarz, Weiß, Orange und Gelb, wurde aber auch als ungenießbares Architekturgulasch kritisiert. Beim Umbau der von Klaus Albrecht Schröder geleiteten Albertine in Wien, einem Bundesmuseum, wurde Hollein mit der Gestaltung des Atres beauftragt. Die Fertigstellung des weithin sichtbaren Wahrzeichens eines 64 Meter langen, weitauskragenden, pfeilförmigen Titanflugdachs verzögerte sich wegen technischer Schwierigkeiten und Kostenüberschreitung. Aussagen, Hollein schuf immer wieder Situationen, die mit Enge und Weite, mit Bedrängnis und Befreiung zusammenhängen. Der Gedanke des Hineingehens, mehr noch des Hindurchzwängens, ist eine schöne Metapher Sigmund Freuds. Haus und Körper sind in den Traumsymbolen identisch. Koitus und Geburt elementare Erlebnisse des Menschen finden, wie seit Jahrtausenden ihre Entsprechung in der Architektur. Jeder Engpass des Hindurchzwängens mündet in einem befreienden Raum. Lehrtätigkeit Hollein unterrichtete von 1967 bis 1976 an der Kunstakademie Düsseldorf, bis er 1976 einen Ruf an die Wiener Hochschule für Angewandte Kunst für die Leitung einer Meisterklasse für Industrielle Design erhielt. Ab 1979 übernahm er weitere Gastprofessuren an der Yale University in New Haven, der University of California, Los Angeles und der Ohio State University in Columbus. Im September 2002 wurde er an der Universität für Angewandte Kunst in Wien emeritiert. Auszeichnungen Österreichisches Ehrenzeichen für Wissenschaft und Kunst 1994 Die Republik Österreich bauten und arbeiten 1962 Zurück zur Architektur Vortrag in der Galerie St. Stephan Wien 1963 Ausstellung Architektur Galerie St. Stephan Wien 1965 Kerzenladen Retti Wien 1965 bis 1970 Herausgeber der Zeitschrift Bau 1966 67 Stilbuti Christa Metteck Wien 1969 Richard L. Feingalerie New York 1970 Ausstellung Tod Städtisches Museum München-Gladbach 1972 Werk und Verhalten Leben und Tod Alltägliche Situationen Biennale Venedig 1972 Medialinien Olympiadorf München 1972 bis 1982 Städtisches Museum Abteiberg München-Gladbach 1973 Schmuckgeschäft Schulin Wien 1976 Österreichisches Verkehrsbüro Wien 1976 Ausstellung Man-Transforms Cooper Hewitt Museum New York 1977 bis 1978 Museum für Glas und Keramik Teheran 1979 bis 1990 Ganstags Volksschule Köhlergasse Wien 1980 Bühnenbild für das Wiener Burgtheater Komödie der Verführung von Arthur Schnitzler 1981 Schmuckgeschäft Schulin II Wien 1983 Ausstellung Die Türken vor Wien Künstlerhaus Wien 1983 bis 1991 Museum für moderne Kunst Frankfurt Frankfurt 1985 bis 1990 Haas Haus Wien 1985 Ausstellung Traum und Wirklichkeit Künstlerhaus Wien 1988 bis 1993 Banco Santander Madrid 1987 bis 1993 Erste Allgemeine Generali Landesdirektion Vorarlberg Bregenz 1989 Museum im Fels 1990 Machbarkeitsstudie als Guggenheim Museum Salzburg 1992 bis 2002 Kulturbezirk und Niederösterreichisches Landesmuseum Sankt Pölten 1993 bis 1999 Volksschule Donau City 1994 bis 2000 Generali Bürohaus Media Tower am Donaukanal Wien 1994 bis 2002 Vulkania Europäischer Park für Vulkanismus in Saint-Auers-les-Roches in der Auvergne Frankreich 1994 bis 1996 Direktor der Sektion Architektur der Biennale Venedig für die Architektur Biennale 1996 1996 bis 2001 Interbank Headquarters Lima Peru 1997 bis 2001 Österreichische Botschaft in Berlin 1996 bis 1998 Erweiterung des Städtischen Museums Mönchengladbach 1997 bis 2002 Zentrumbank Wadutz Lichtenstein 2001 Überarbeitung Museum im Fels als Museum im Mönchsberg 2002 Penthouse Stephansplatz Noh 10 und Noh 11 Wien 2002 Umbau und Aufstockung Hilton Hotel Wien 2003 Albertine Rampe Wien 2003 Montelar Portürme am Lahrberg in Wien mit Wirkung an der Errichtung eines neuen Stadtviertels auf Überplattung der Südost Tangente 2011 K-Building Skulptur beim Zentrum für Kunst und Medientechnologie in Karlsruhe nach einem Entwurf von 1960 Familie Hollein war mit Helene Hollein verheiratet ihr Sohn Museumsdirektor Max Hollein wurde 1969 geboren ihre 1972 geborene Tochter Lilly ist Veranstalterin der Vienne Design Week Helene Hollein wurde auf dem Hitzinger Friedhof bestattet Hans Hollein wurde am 5. Mai 2014 im gleichen Grab beigesetzt Begräbnisansprachen hielten Rechtsanwalt und Feiltergesellschafter Hannes Pflaum Kunstminister Josef Ostermeyer und der Schauspieler und Regisseur Paulus Manker Das Grab besteht auf Friedhofsdauer Filme Alles ist Architektur Porträt HH Regie Paulus Manker Buch François Burckhardt Kamera Peter Rösler ORF 1996 Hollein in Lima Das Gebäude der Interbank Regie Paulus Manker ORF 2001 Hans Holleins Vulkania Regie Paulus Manker ORF 2002 Hans Hollein Essentials Regie